Hallo Dommer, hallo Henning. Herzlich willkommen zum Zimmer-Duell in Mitterseel. Wer von euch beiden hat das feinere Füßchen? Also Henning, wenn ich deinen Henning jetzt sehe! Obwohl ich entwickle mich. Ich lerne von dir. Es gibt auch Sachen, die der Henning bestimmt besser kann, aber da gibt es keine zwei Meinungen, oder? Das stimmt. Noch. Vielleicht ja beim nächsten. Wer von euch beiden ist der bessere Schwiegersohn? Boah, das ist schwierig. Boah, du hast natürlich jetzt auch zwei Leute, die sind schon richtig weit oben. Da geht es wirklich um die Elite. Da hast du wirklich die Elite hier sitzen. Da wäre natürlich wirklich nur die Frage, wer hat noch so dieses gewisse Extra. Drei, zwei, eins und umdrehen. Boah. Aber das ist wirklich, also ich muss auch wirklich sagen, also ich bin da auch wirklich weit vorne. Ja, auf jeden Fall. Wer von euch wäre der bessere Trainer? Das ist eigentlich, glaube ich, auch klar. Zumindest auch bis jetzt. Drei, zwei, eins. Nächster Punkt. Ganz klar. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch schon einen Trainerschein. Also jetzt bin ich gespannt, wer von euch beiden könnte besser ohne Internet klarkommen? Boah, das ist auch, glaube ich, schwierig. Das sind auch zwei Leute, die das echt nicht so brauchen. Genau. Was macht ihr den ganzen Tag im Hotel? Trainieren. Liegestütz, Sit-ups. Also Pläne sind voll. Drei, zwei, eins. Oh, Henning. Du brauchst das auch nicht, ne? Nee. Ach, scheiße. Aber ich dachte mir, du nimmst dich, weil kein Social Media und sowas. Naja, das hast du schon recht, aber gemeine Frage. Ja. Wer von euch beiden war das frechere Kind? Das ist auch schwierig. Habe ich Dommel ja noch nicht gekannt. Drei, zwei, eins. Bitte. Nein! Henning, du... Ey, du kennst mich doch gar nicht, wie ich... Ja, du kannst ja nicht viel schlimmer sein als jetzt und du bist eine super angenehme Person. Das ist ja unglaublich, dass du das als freches Kind... Ey, ich bin immer weggelaufen, hab mich versteckt. Oh, Henning, nein! Also, warum? Weil du mitgebaut hast? Ja, ja, aus Spaß. Achso. Aus Spaß. Das ist alles. Jetzt müssen wir wieder straffen, ne? Ja. Jetzt müssen wir wieder straffen. Wir haben ein bisschen nach. So fing so gut an, Mann. Wer von euch beiden ist der bessere Tänzer? Ach. Also, ich hatte ja auch eigentlich ein... Da bist du natürlich jetzt auch bei einem ganz niedrigen Niveau, ne? Auf jeden Fall. Plast 4 hoch Gewinn. Auf jeden Fall. Ich, ich, ich... Bist du schon soweit? Ich bin soweit. Drei, zwei, eins. Bitte. Och, Henning! Also... Hast du nicht von der Story mal gehört? Welch? Ja, welche Story? Jetzt kannst du nicht teasern und... Nee, nee. Mannschaftsabend, als ich... Erste, quasi, erste Spiel gemacht habe. Aber... War ich da dabei? Nee, da warst du nicht dabei. Das war noch vor dir. Aber die Story ging hier überall rum. Ach, Henning, aber ich habe schon so ein paar Moves. Wenn du die mal siehst, dann wirst du auch im Nachhinein... Frag gleich mal, wer war noch alles dabei? Rallo und so. Oh, Henning, ey. Das ist doch jetzt... Jetzt haben wir schon verkackt. Ja. Wir müssen uns wieder straffen. Wer von euch hatte die wildere Jugend? Drei, zwei, eins. Also in Lippstadt kann man keine krasse Jugend haben. Also in Lippstadt, da ist alles wirklich... Da ist alles Friede vor der Eierkuchen, ne? Ja, nicht alles, aber... Das stimmt schon. Wer weint schneller bei einem emotionalen Film? Drei, zwei, eins. Nee! Henning, also ich habe natürlich mit dir noch nie... Da sind wir aber auch natürlich extrem so, die gefühlt alle gleich sind. Ja, aber Henning, ich glaube schon, dass du bei Titanic früher weinst als ich. Das glaube ich schon. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also ich glaube, wir verstehen uns auf dem Platz besser als Sie. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Wer wäre der bessere Bergführer von euch beiden? Was sind das? Das sind Fragen. Was muss denn so ein Bergführer können? Naja, zum einen laufen, zum anderen bergauflaufen, Wetter erkennen, Gefahren erkennen. Okay. Drei, zwei, eins. Ja, Henning, weil er ist auch schneller unterwegs am Berg als ich. Er erkennt die Gefahr alleine schon, weil er früher da ist. Wer von euch beiden macht die bessere Figur im Trikot? Boah. Drei, zwei, eins. Bitte. Ja, ja, ich muss auch sagen, die Henning-Matrijani-Trikots, die sehe ich mittlerweile auch oft. Matrizzani haben wir ja gelernt. Matrizzani. Wer ist vor dem Anpfiff nervöser? Puh. Puh. Das machen wir, glaube ich, wieder gleich auf. Drei, zwei, eins. Bitte. Aber ich habe natürlich schon eine Million Spiele gemacht. Der hat zweimal in der Bundesliga gespielt. Ja, aber du kannst ja gar nicht so ruhig sein wie ich, weil ich habe das ja alle schon hundertmal gemacht. Du hast das zwölfmal gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Gefühlt ruhiger. Genau, die Ruheöl-Person. Dann schauen wir uns nochmal die Doku an. Da ist der Henning einmal rumgelaufen, nervös, so eine Banane gegessen und nochmal auf Toilette siebenmal gegangen. Haben wir alles gesehen. Das ist, glaube ich, eine Lüge. Wer würde eher von euch zur Fashion Week nach Paris gehen? Ja, das denke ich noch mal jetzt. Ja. Drei, zwei, eins. Bitte. Ja, muss man sagen. Also wir beide würden da nicht hinfliegen. Aber wenn, dann eher ich noch. Nochmal in die Kindheit geblickt. Wer von euch hat in der Schule mehr geschummelt? Also ich will jetzt nichts sagen. Drei, zwei, eins. Bitte. Ja, ich war der absolute Schummelkönig. Warst du so ein Liebling der Lehrer? Auf andere Art und Weise. Ja, genau. Wobei, ich muss wirklich sagen, ich war schon sehr, sehr, sehr gut im Schummelkönigstag. Kannst du Tipps geben? Ja. Massen wir mal lieber. Würde ich gerade sagen, privat. Vielleicht das irgendwann mal verraten. Wer von euch beiden könnte eher im Zirkus arbeiten? Kannst du kurz nochmal sagen, was man im Zirkus arbeiten muss? Ja, der eine könnte der Direktor sein, der andere könnte die Löwen bändigen. Ja, das wäre jetzt schon wieder eher ich. Das wäre schon wieder hin und her. Ja, gut. Hin und her. Das habe ich festgelegt. Drei, zwei, eins. Bitte. Der Henning, das sage ich auch. Der Henning, der kann da alles machen. Ich kann alles machen, genau. Wer von euch beiden liest mehr? Bücher oder online? Das muss man natürlich... Lesen in Form von Bildung und nicht Autogrammkarten. Ja. Drei, zwei, eins. Oh, nee. Hast du mich gelohnt? Ja, klar. Ja, aber Bücher lese ich ja gar nicht. Ich auch nicht. Aber du guckst auch immer dann auch mal... Ja, ja, also Statistiken und Kicker und so weiter. Genau, das ist schon... Da habe ich eher dran gedacht. Dumme Frage von dir. Das heißt, da hast du jetzt in eine Falle gelockt, da. Wir machen den nächsten Lesekreis. Neun über Einstimmungen. Besten Dank. Henning, das war nix von uns beiden. Das war... Okay. Auf dem Platz ist es auf jeden Fall... Läuft es besser. So ist es. Danke euch beiden. Gerne.